Oh, Lara, mach es nochmal. Oh, wir lieben dich doch dafür. Wir lieben dich, wenn es dir deinen Kopf gegen irgendwas Harten knallen lässt. Was erzähle ich denn da? Gab's... Ich erinnere mich gerade an einen Secret. Wie viel habe ich denn überhaupt? Drei von sechs? Ah, habe ich bestimmt schon 5000 übersehen. Ja, an dieses Secret erinnere ich mich noch. So, da haben wir was. Ich habe jetzt allerdings nicht gesehen, was es war. Oh, MP5 Clips. Hehehehehe. Ja, streck uns den... ...allerwertesten hin gegen Frau Croft. Kann man davon abspringen? Ne. Äh... Ach, kommt. Damit es so wunderschön ist. Ich weiß zwar nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Das ist, glaube ich, schon etwas her, aber... Oh, ne, das war hier beim Loch der tausenden Tode. Zu einfach ist das. Gehen wir mal wieder hier lang. Oh, ein... ...ein Schlafnarfe. Ein Kriechgang. Lara kann auf einmal unter solchen engen Schäften kriechen. Oh, ein nicht mehr existierender Kristall. Wer hat das denn jetzt schon wieder weggenommen? Oh, ein Schildhahn. Er ist ungenietet. Was für Tierquäler laufen hier rum. War da was? Das sieht mir doch so aus, als könnte man da hinspringen. Und irgendwas bekommen. Natürlich MP5-Money. Nein, ich möchte ganz gerne so. Und dann so, und dann so, und dann die MP5-Money. Das wird noch nicht mal als Secret gewertet, oder was? Das fände doch kein Mensch. Vor allen Dingen, wer legt das da hin? Fragen über Fragen. Frage, Herr Anger. Frage, Herr Anger. Sch Charter. Frage, Herr Anger. Äh, wo bin ich denn jetzt gelandet? Aha. Ah, hier ist das Loch der tausend Tote. Glaub ich zumindest. Ja, ne, doch, hier ist das Loch tausend Tote. Ich sollte vielleicht mal häufiger speichern. Na, ins Loch der zehn Millionen Tote gehe ich aber sicherlich nicht hin. Die Stelle kann ich nicht haben. Sowieso Affe, Krieggang, Kriegsmöglichkeit, eng. Oh, Speicherkristall weg. Shere Khan ebenfalls irgendwie weg. Wer macht bloß sowas? Ist ja tierfeindlich. Oh, MP5, warum wird das nicht als Secret gewertet? Und wer lässt es überhaupt dort fallen? Wir fallen. Die Framerates, Hartzell, fällt auch. Eine Frage, bin ich so monoton? Die Antwort lautet, ja. Verdammt. Affe. So, jetzt müsste ich aber ganz gerne wissen, wie kommt man da gescheit runter. Na, gar nicht. Super. Super. Ich glaube, ich bin zu doof zum Speichern. Jetzt mache ich schon wieder diese Stelle. Ich glaube, es ist ja wohl nicht... So viel zum Thema, ich schaff das schon. Ich war vielleicht für Teil 1 gut genug, aber ich glaube, für Teil 2 bin ich so ungeeignet. So kann ich mich... Natürlich kann ich mich da hoch buggen. Es wäre ja kein Lara Koft mehr, beziehungsweise kein Tomb Raider, wenn man sich nicht buggen könnte. So. Aber dieses mal, dieses... Dieses einmal will ich speichern. Weil ich nämlich springe und dann... Ja, nee. Achso. Es ist noch nicht mal Instant Death. So, oh, ein Secret. Dieses Secret enthält Fackeln. Falls man da hinkommt. Und MP5 Muni. So, warum kann ich mich da nicht irgendwie abspringen lassen? Das wäre nett, wenn es gehen würde. Pfeifen wir mal eben auf den Energieverlust. Ich hab genügend. Äh, ja. Schauen wir uns mal so ein bisschen hier um. Was gibt's hier sonst noch? Außer den zweiten Eingang zum Loch der tausend Tode. Munition. Was für Munition. Desert Eagle Clips. Ich meine mich erinnern zu können, dass die Desert Eagle als sehr, 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 sehr starke Waffe gezählt wurde. Und hier sind gleich zwei Clips davon. Oh, Raum der tausend Tode. Oh, ich seh nichts. Machen wir mal Fackel an. So, damit wir keine Energie verlieren. Frau Kroft, wird das nicht ein bisschen heiß an der Hand? Nein. Oder, nope. Okay. Kann ich mich nicht da auch irgendwie hoch? Nö. Schade. Ah, unten ist's. Ich glaub, hier gibt's doch irgendwo das, ähm, Auto, das Automobil der Verrückten. Oder der Verrücktheit. Die macht, das macht jeden verrückt. Das ist ein Energiekristall. Hm, wir kommen mit dahin. Da gibt's auf jeden Fall ein Medi als auch Pack. Diese auch benutzen darf, werde und muss gestehen. Gemacht, um die Energie zu regenerieren. Hallo, Affe. Hallo, Affe. Gibt's da einen Weg? Nein. Ich zieh wieder nichts. Ja gut, ich könnte Sparfackeln nutzen, aber... Jetzt hab ich schon wieder ne Fackel an. Das sind diese grundberichtlichen Sparfackeln. OMFG. Das sieht ja schon direkt nach Instant, das aus. Äh. Guten Tag, ich bin... ähm... ...doof. Juhu, noch einmal. Juhu, noch einmal. Ha, 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 ha